was war da drin jetzt karte aktualisiert wird okay das ist mein lager was ist das eine höhle ich gehe jetzt hier ein bisschen ab weil ich denke mal in der höhle werde ich mongolisch lernen können was ist das ah Federn für Pfeile ja perfekt das bekomme ich noch nicht runter ab diesem Punkt erfordert der Fortschritt Seilpfeile das ist natürlich jetzt suboptimal geht das mit Pfeil und Bogen könnten ja dauern und ich habe keine Pfeile mehr ah ok für einmal herstellen kriege ich 5 Pfeile jetzt habe ich kein Material mehr ich will da aber eigentlich rein ne ich glaube das klappt nicht also Höhlen sind im Moment auch nicht gut was bleibt denn da noch übrig was ist das Überlebensversteck machen wir das mal hier ist noch ein Vogeln nein du sollst da hingehen eine Mutter geil ich würde mal gern so einen Hasen abknallen aber die sind saumäß schnell da rennt ne Taube dann Huhn oder was soll das sein so was haben wir denn noch da haben wir noch ein Versteck müsste irgendwo da hinten sein ne Hallo Holz Ach da unten ja das ist los weil im Fortschritt zu machen muss ich ja an sich die ganzen Sachen sammeln was das ach forschertasche ok den kann ich auch noch nicht lesen dann kann ich auch versuchen in die Höhle reinzukommen na ab an die Wand da vorne ist die Höhle na ist doch noch ein Vogelnest da komm ich nicht hoch da komm ich nicht hoch da komm ich nicht hoch da komm ich sogar rein da komm ich sogar rein da komm ich sogar rein dringladung aha ok und noch eine Nachricht ich habe aus dem Blutbad im Grab des Propheten gelernt was ich konnte meine Brüder wurden alle irgendwann in den letzten Tagen getötet die Anhänger des falschen Propheten starben hier zu Hunderten waren aber schließlich siegreich ich habe das Grab so gut es ging versiegelt und den Männern im nahen Dorf gesagt dass der Prophet endlich tot sei ich drohte ihnen etwas und sagte dass dieser Ort geheim bleiben müsse ich weiß nicht ob der Prophet überlebt hat aber ich folge ihren Spuren niemand entkommt dem Trinity Orden also wissen sie jetzt doch nicht ob sie wirklich bekommen haben oder nicht weil es ist ja irgendwie komisch dass der Sarg jetzt leer ist ne ja die Höhle müsste eigentlich leer sein kann ich ja ne Karte gibt es dazu gar nicht ne zu der Höhle gibt es noch was hier gibt es noch einen ganzen Weg runter ach genau ich habe noch kein einziges Münzversteck gefunden keine Herausforderung Hä Truhe ok peile ich noch nicht ganz geben wir erstmal wieder raus und schauen mal was draußen noch abgeht da ist eine Truhe eine Krone von einem der Prinzen von Kiew wie ist sie bloß hierher gelangt ihr Besitzer hat sie bei seinem Tod getragen ach ok wegen dem Einschlag jetzt habe ich die analysiert gut ihr kommt ne Tiefschnees Tiefschnees verlangsamt die Bewegung und behindert einige Aktionen Ich müsste jetzt eigentlich hier einmal rechts rum. Erkundungsteam, hier Overwatch. Bitte kommen. Erkundungsteam, bitte kommen. Wir hatten Störungen bei der letzten Übertragung. Ich sehe gar keinen. Haben Kontakt zum Erkundungsteam auf dem südlichen Grat verloren. Letzte Kontaktstelle war bei den... Ach, das war der Kollege, der mit dem Bärhof... Bekanntschaft machen wollte. Er wollte doch sagen, verpiss dich doch. Okay, da kriegt man direkt keine Tutorials, nur was man machen muss. Hä? Hä? Lara, du hast wohl mal wieder die Tür nicht gefunden. Aber so geht's doch viel schneller, Dad. Komm her, du kleines Äffchen. Gehst du jetzt wieder auf ein Abenteuer, Dad? Ja, mein größtes bisher. Also ich finde, ich wäre die perfekte Assistentin. Oh, wirklich? Und es gibt niemanden, den ich lieber dabei hätte. Aber diese Sache ist zu gefährlich. Lara, hör mir zu. Eines Tages wirst du in dieser Welt große Spuren hinterlassen. Du wirst mich so stolz machen. Einen Moment Schätzchen, ich muss da rangehen. Okay, Gedankengänge beim Sterben. Ich glaube auch nicht, dass wir den Bär wirklich... Ich muss die Wunde verbinden. ...los geworden sind. Diese Blätter sollten die Blut umstellen. Ich brauche einen Verband. Nachdenkend ist auf dem Rad. Das ist ein Auto mit mir im Sinkerhand, ist da oben Rad, Kersten. Was ist das? Eine Hinterlassenschaft aus dem Kalten Krieg. Gestehen, er schüttet die da unten. Ich müsste reichen. Ja, den Bären besiegen ist doch voll easy. Ich laufe jetzt einfach wieder dahin und hau dem einmal auf den Kopf. Und dann sagt er, oh, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich verpiss mich. Ja, sind Fliegenpilze. Ich könnte ein Gift daraus herstellen. Jo. Klar. Das logischste. Oh, was habe ich hier? Hier könnte ich hochklettern. Hier könnte ich hoch. Ah, okay. Sie will da nicht hoch. Beziehungsweise wie baue ich Giftpfeile. Ach, jetzt bin ich hier. Ich muss noch mehr Pilze finden. Boah, im Lauf. Y könnt ihr auch noch zoomen. Okay, den habe ich nicht getroffen. Ein, den der will da auch noch Pilze. Stopp. Hätte ich eben gar nichts erkunden müssen, wa? Wäre ich jetzt überall drauf hingewiesen, wo es was gibt. Oh. Damit sollte ich doch etwas anfangen können. Ich sollte ins Camp und es versuchen. Ja, das Camp. Ja. 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 Da. Ich nehme ich auch mit. Wo kommen jetzt die Stoffbahnen her? Inventar. Munition. Giftpfeile. Ach, habe ich jetzt gerade schon gebaut. Boah, zwei sogar. Ähm. Besser Objekte finden. Aus roten Benzin-Kanälen ist dann nur. Weniger Schaden durch feindlichen Beschuss und Nahkampf an Geräte. So. Machen wir das direkt noch. Ich muss, wie viel? Fünf weitere Fähigkeiten in einer Kategorie. Ich muss eine Kategorie voll machen um die nächste. 16 in einer. Geht doch hier gar nicht. Das sind fünf, das sind zehn. Wie soll ich jetzt 16 meistern? Hier geht das fünf, zehn, elf. Nee, geht auch nicht. Okay, werde ich noch rausfinden. Was kann ich hier noch upgraden? Hier geht gar nichts. Umwickelter Griff verbessert den Griff beim Führen mit Eideln, wodurch beidhändige ausgeführte Nachgaben möglich sind und sogar die gepanzerten Feinde niederschlagen. Ja, perfekt. Ja, Rüstung gucke ich mir jetzt nicht alle durch. Rüstung. Du musst mich ausruhen. So kalt, so müde. Nein, du hörst mir zu. Diese Entdeckung ist zu bedeutend. Ich schere mich kein Deut um meinen verdammten Ruf. Kannst du es warten, mir zu drohen? Nach allem, was ich für dich getan habe. Hallo? Hallo? Dad, was ist passiert? Diese Narren! Du machst mir Angst. Ich bin nah dran, Lara. Nah dran an etwas sehr Wichtigem. Eines Tages. Wirst du es verstehen? Ich will das gar nicht verstehen. Ich will nur, dass du aufhörst. Sei wieder mein Dad. Sophia, lauf weiter. Na los, wir haben sie. Schnappt ihr euch. Schnappt ihr euch. Das ist wahrscheinlich so auf so einem Eis. Okay, raffen und weg. Durchsuchen. Was? Nutzen hier das Gebüsch. Roger, aber Sie scheinen sich zurückgezogen zu haben. Das Primärstil ist das Ver- Das ist ja wirklich, äh, ein geiles Fighting System, wa? Aber Lara hat jetzt ein Waldchen gepennt und das mache ich jetzt auch. Deswegen mache ich hier eine Pause, gehe nochmal auf den Klo, penne eine Runde und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.